Die Gibraltar Football Association ist der Dachverband für Fußball in Gibraltar. Der Verband war von Dezember 2006 bis Januar 2007 und wieder ab Oktober 2012 provisorisches Mitglied der UEFA. Im Mai 2013 wurde er in die UEFA aufgenommen, im Mai 2016 auch in FIFA. Präsident des Verbands ist Desmond Reuch. Geschichte Der Verband wurde 1895 als Gibraltar Civil Line Football Association gegründet und ist damit einer der ältesten Fußballverbände der Welt. Im Dezember 2006 wurde Gibraltar als vorläufiges Mitglied der UEFA zugelassen. Auf der Vollversammlung der UEFA in Düsseldorf im Folgemonat fand der Antrag auf Vollmitgliedschaft jedoch keine Mehrheit. Obwohl der Internationale Sportgerichtshof dem Kontinentalverband zuvor empfohlen hatte, Gibraltar als Mitglied aufzunehmen. Im Oktober 2012 wurde Gibraltar erneut der Status eines vorläufigen Mitgliedes zu erkannt. Die Entscheidung über eine Vollmitgliedschaft traf der UEFA-Kongress am 24. Mai 2013 in London. Kernproblem bis dahin war der Widerstand Spaniens, das territorialen Anspruch auf den Besitz Gibraltars erhebt. Am 20. September 2013 beschloss die UEFA auf einer Sondersitzung in einer Exekutivsitzung in Dubrovnik, dass in der Saison 2014-15. erstmals Vereinsmannschaften des GFA an den Qualifikationen zur UEFA Champions League und UEFA Europa League teilnehmen werden. Außerdem nimmt die Nationalmannschaft an der Qualifikation zur UEFA 2016 teil. Am 26. Wettbewerbe Folgende nationalen Wettbewerbe werden unter dem Dach der GFA ausgetragen. Gibraltar Euro-B-Division erste Spielklasse mit acht Vereinen, die übrigen 14 Vereine treten in der zweiten Spielklasse an. Es gibt einen auf- bzw. Absteiger. Gibraltarischer Fußballpokal Die Fußball-Nationalmannschaft von Gibraltar nimmt erstmals bei der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich an. Qualifikationsspielen zur Fußball-Europameisterschaft teil Nationaler Meister und Pokalsieger nehmen an den Qualifikationen zu den Europa-Pokal-Wettbewerben teil. UEFA Fünfjahreswertung Platzierung in der UEFA Fünfjahreswertung Die Kürzel CL und L hinter den Länderkoeffizienten geben die Anzahl der Vertreter in der Saison 2015 Sechzehntel der Champions League bzw. der Europa League an. 1,52 Andorra-Andorra-Koeffizient 0,833 CL 1 L 53 San Marino-San Marino-Koeffizient 0,499 CL 1 L 54 Gibraltar-Gibraltar-Koeffizient 0,250 CL 1 L Erste Stand 0,250 CL